Lag da was auf dem Boden? Lag da nicht was auf dem... Alter! Das ist Hagiwagis Arm! Yo, Leute! Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und es ist nicht cool! Hagiwagi wurde totentdeckt! Kein Witz! Hä? Was? Ich wurde totentdeckt? Dello, was soll das denn? Ja, Bruder, was soll ich da machen, Alter? Ich... ich kann ja auch nur das sagen, was ich sehe! Was sagst du dazu? Also ich und tot? Na, das sehe ich aber gar nicht, mein Bester! Ich würde sagen, wir gucken uns das Video mal an! Und wenn das scheiße ist, dann gibt es richtig Stress! Das sag ich dir, dann gehe ich da hin! Hagi, Alter, beruhig dich, Junge! Bleib ganz cool! Wir gucken rein, Leute! Viel Spaß und let's go! Nicht zu vergessen, die Videos sind von YouTube, Mami Long! Übelst krasser Content und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns heute wieder erwartet! Wir sind hier anscheinend, mitten im Bösen! Böses? Ja, Böses! Irgendein Geräusch, da haben wir das Grabpack-Hand-Ding-Geräusch da! Dann werden wir uns die neue Hand gönnen! Wir wachen hier in der Knastzelle auf! Jo, wie krass das denn? Okay, also, kurz zum Festhalten, wir haben einmal die grüne und wir haben einmal eine orangene Hand! Okay, wir wachen jetzt irgendwo in dem Bett auf! Da ist ein Loch in der Mauer! Okay, und der springt da auf ganz entspannt durch! Ähm... Alter, wo zur Hölle sind wir? Spätestens, wenn ich das höre! Wäre ich sowas von raus? Das ist doch Kissy Missy, oder? Tschicke, 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 tschu, tschu! Das hat die doch gemacht! Ich glaube schon! Oh, da oben ist irgendwie so ein, ähm... Ja, so ein Teil zum Gasabdrehen! Mann, ey! Richtig krasse Map auf jeden Fall, muss ich schon sagen! Der ist gut schnell unterwegs! Da ist ein Fahrstuhl mit einer Hand! Wo geht der jetzt da hin? Jo, was ist das denn? Voll krass! Guck dir das mal an! Jawoll! Das Ding ist auf jeden Fall aktiviert! Und ich muss schon sagen, das ist auf jeden Fall ziemlich cool, was es da gibt! Einfach eigenes Poppy Playtime, Leute! Hashtag Poppy in die Kommentare rein, wenn ihr das krass findet, was der da auf die Beine stellt! Der macht ja echt so ein eigenes Poppy Playtime! Warum hab ich nicht noch so einen coolen Programmierer? Mann, das wär so nice! Ich würd Poppy Playtime einfach komplett anders machen! Hahaha! Okay, der muss jetzt hier natürlich die Tür öffnen! Lädt ein bisschen! Oh, oh! Das ist kein gutes Signal! Das ist gar kein gutes Signal, Leute! Alarmanlage nie gut! Alarmanlage nie gut! Oh, oh! Oh, oh! Da ist Kissy Missy! Junge, das war's für dich! Ja, ich glaub, der ist dead! Jetzt ist die Frage, wo es hingeht! Ich sag einfach mal Part 2! Er läuft und läuft! Und jetzt sollten wir mehr über Hagiwagi herausfinden! Denke ich! Wow! Was ist das für ein kleiner Schacht? Oh! Oh Gott! Okay, das war richtig knapp! Alles klar! Es sieht so aus, als wären wir wieder irgendwo so ein Chapter 1! Also zumindest... Okay, doch nicht! Wir sind ganz woanders! Verrückt! Guck mal! Also krass! Wie weit es da jetzt auch noch umgeht! Und was das eigentlich für eine Map ist! Denke, das ist einfach so ein Raum! Und plötzlich ist das so ein Riesenraum drin! Okay, was kann er da machen? Lag da was auf dem Boden? Lag da nicht was auf dem... Alter! Das ist Hagiwagis Arm! Digga, was passiert da? Okay, Leute! Ich bin sehr, sehr gespannt, wo es jetzt hingeht! Wir sehen da Fell und Blut! Hagi hat einen Arm verloren! Wo geht's denn da hin? Es scheint, als wäre er da oben runtergefallen, ne? Da gibt's noch einen Weg hin! Oh Gott! Hagi liegt da! Alter Schwede! Leute, den hat's übel zersmasht! Nein, oder? Man sieht ihn noch! Er war noch da! Die Frage ist, lebt er noch oder nicht? Da ist ein Schlüssel! Er lebt noch! Er nimmt den Schlüssel jetzt wahrscheinlich! Und... Das sieht ja schon mal ganz gut aus! Hagi ist noch da! Die Musik, ne? Richtig gruselig, Leute! Geht... Dorthin! Ah! Er macht damit die Tür auf! Auch nicht schlecht! Was ist da? Leute, direkt nächster Part, oder? Let's go! Okay! Wir sind jetzt hier drin! Reingegangen! Also, Hagiwagi ist jetzt aktuell noch Programm, ne? Denkt dran! Die Frage ist, lebt er noch? Oh, da vorne gibt's auf jeden Fall noch einen grünen Schalter! Er ist echt schnell unterwegs zu Fuß, ne? Oh, oh! Habt ihr's gehört? Stopp! Das ist Hagiwagis Geräusch! Als er vermeintlich getötet wurde von Mami Long Legs, hört genau hin! Okay, man kann nix mehr hören! Aber das würde ja bedeuten... Irgendwas ist gerade passiert! Eine Reaktion! Auf Hagi! Okay! Er muss vier Schalter aktivieren mit der blauen Hand! Er hat doch keine blaue Hand! Oh, doch! Anscheinend schon! Er zieht hier... Das ist gar nicht Hagiwagis Tod! Ich glaub, der ist aufgewacht! Und stellt euch vor, der hat einen Arm weniger! Der ist richtig sauer, Mann! Ungefähr so! Der rennt da jetzt wahrscheinlich hin! Und will den fressen, ne? Aber der Typ sollte sich mal ein bisschen beeilen! Mach mal nächsten Schalter an! Was ist das für eine krasse Tür, die vier Schalter erfordert? Oh, sie ist offen! Ja, mach die Tür jetzt auf, oder? Mach auf die Tür! Oh Gott! Hagi kommt! Ich glaub, da ist jetzt Feierabend! Das war's! Leute, noch ein Part! Safe, oder? Oh, hauaha! Oh, hauaha! Jetzt haben wir Hagiwagi-Verfolgung am Start! Und der Typ muss auf jeden Fall richtig durchziehen! Ey, überall Rohre, ne? Geist krank! Äh, Bro, das sieht ganz schlecht für dich aus, Mann! Zieh durch! Also, Moment mal! Oh, ist das knapp! Der Typ ist jetzt in dem Fahrstuhl, hat den Knopf gedrückt! Die Frage ist jetzt, wie schnell geht diese Tür zu? A, ultraschnell, oder B, wie immer, mega langsam! Schreibt's einfach gerne in die Kommentare rein! Ich sag, mega langsam! Oha! Das war mega schnell! Hätte ich's nicht gedacht! Ich bin ehrlich! Okay, aber... Wo geht's jetzt hin? Überleg mal! Okay! Your friend, Hagi! Hagi, er hat der Fahrstuhl! Er fällt runter! Oh Gott! Da ist Feierabend, Bro! Aber ich sag mal so, ne? Geil! Ey, gut verknüpft! Muss man ehrlich sagen! Und man sieht hier irgendwie ein neues Gebiet! Crazy! Er wird aber leider... Also, es haut ihn halt zu hart um! Oh, der Typ ist im Eimer, ne? Crazy! Digger, voll die geile Story! Ich sag ehrlich! Also, ganz im Ernst! Dieser Kanal macht hochqualitative Videos! Und ich freu mich immer wieder, wenn er jetzt was hochlädt! Weil das hat ne heftige Story einfach zusammen! Und immer wenn er dann halt vier Videos hochgeladen hat, Leute, dann können wir uns die natürlich reinziehen! Wir fragen jetzt aber nochmal Hagiwagi, was er dazu sagt! Ey, Hagi, was meinst denn du? Was, Bruder? Also, das war ja das billigste Video aller Zeiten! Ey, Digi, das... Also, das stimmt ja so jetzt nicht, ne? Ja, okay, vielleicht war das ganz gut! Hagi, wie ist deine Bewertung so? Ja, also, ich würd mal sagen, 1+, genauso wie dein Video! Und Freunde, lasst ein Like da! Ansonsten verfolge ich euch im nächsten Fahrstuhl! Hagi, jetzt hör mal auf damit! Also, machen wir mal in der Community keine Angst, Leute! Danke, dass ihr mich hierhin geschaut habt! Dinkes Küsschen geht raus! Deno, out! Out!